Woran liegt das wohl? Ach, da ist die zweite. Nein! Was, nein? Dass wir keine finden. Erfahrungsfläschchen. Alter, ich hab's getroffen. Da ist die zweite. Hast du eh schon genommen. Achso, die ist hinter dem Glas, gell? Ja, ja. Von der anderen Seite kommt man da rein, gell? Nein, eben nicht. Ich weiß nicht. Sicher, von drüben. Da ist ja ein Loch. Achso, hier. Ja, genau so. Bist drin? Oh, drei Äpfel und eine Lederkappe. Toll. Okay, das bringt ja nichts. Dann kommen wir wieder raus. So, wir brauchen irgendeine. Wir müssen irgendeine mal finden. Oh, Alter, jetzt hat mir erschreckt. Jetzt ist mir so tsch. Ich hab nicht gedacht, dass da jetzt leer ist. Rennen wir von links da vorbei. Wir müssen auch langsam zu Dings da. Zu Dings da? Was hab ich mit Dings da? Zur Brücke wieder, weil da sind meistens immer die geilsten Sachen. Wollen wir in die Mitte mal schauen? Vielleicht sind die anderen nicht in die Mitte gegangen. Können wir ja mal versuchen. Ja, ja, ja. Aber müssen aufpassen. Da müssen wir jetzt richtig weit durch in die Mitte gehen. Komm her. Oder wollen wir erst da hin? Aber ich geh erstmal nach hier. Ja, ich geh auch dorthin. Ein Holzschwert. Toll. Hey, schaust du oben beim Baum? Ich schau, da wäre ich hier drin. Mhm. Oh, das wäre so schön, wenn ich ein Eisenschwert habe. Bitte, 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 bitte. Ah, okay, Eisenhose. Weißt du, beim ersten, jetzt bei erst du das gesehen, so. Ich so, in dieser Truhe ist jetzt ein Eisschwert drin. Und dann voll drin. Ist das so geil, oder? Bist du grad da so? Karotte, Äpfel und Brot. Ah, Loi. Ist da einer? Fast tot. Bist du runtergejumpt oder sowas? Aus Versehen. Ach so. Gut, ich hätte schon gedacht, da ist jetzt einer. Wo bist du? Ich geh grad zu der zweiten Truhe am Baum. Warte, wir sollten, passen wir auf, ey. Wir sollten zusammenbleiben. So verkacken wir sonst noch. Da geht der eine, der andere, der andere geht dann den. Und dann sind wir beide da. So, ich jetzt... Oh, drei Lederkappen, Alter. Ich hab jetzt alles... Komm, komm zum Haus da. Ja, bin ich jetzt. Ich hab jetzt alles Ketten und Eisen und wollte also fast alles Ketten. Ich glaub, die wollen eins gegen eins machen, ne? Ja. Darkbeds... Ah. Kann er gern machen, das ist mir eigentlich richtig geil. Und was ist drin? Ein Eisenharnisch. Ah, ich brauch irgendwas Besseres. Ich hab Schleißsachen. Fuck, da kommt er, ey. Komm her, her. Buntfalte, komm her, komm her, komm her. Zum Haus, komm her zum Haus zurück. Ja. Komm, schneller, ey. Ich kann ihn nicht schlagen. Ja, weil er sich wegbordet hat. Schnell, Alter, der ist down. Ja. Aber jetzt gibt es witzige Sachen, ey. Ich brauch alle Sachen hier. Ich brauch alles Gutes. Alter, ich brauch bessere Sachen, ey. Hast du irgendwas Besseres? Warte, ich hab ne Hose, Schuhe... Komm zum Haus, gell. Brauchst du, brauchst du Ding... Ah, nee, hast du schon. Alter, alles Leder. Loll! Hast du mich erschreckt? Ich bin grad runtergejumpt, ey. Genau. Da ist auch nichts gescheitzt. Ich schmeiß jetzt erstmal die ganzen Ledersachen hier irgendwo hin. Ja, gehen wir. Na, gehen wir zum Haus hier oben, da sind wir sicher. Da kann man zumachen auch noch da. So, doppelt geschützt. So, jetzt erstmal alles hier rein. was da alles drin ist was hast du alles in deinem Eintar, was hast du für Waffen, irgendwas Gutes ich hab zwei Steinaxen, zwei Holzschwerter und der Rest alles nur Essen da ist ein Knopf, macht der irgendwas ne der macht nichts und das geht alles so ein Loch auf, alles Lava warte mal kurz da kommt plötzlich hinter mir, wer hat denn einen Kill gekriegt hit the ground to fire hat sich wahrscheinlich weggebroht, genau wie er schon zu wenig Leben hatte mit der in der Bälle so dann einmal nochmal hier rein oh du bist grad vor mir laufen das ist nichts, irgendwas Gutes hier drin Kettenstiefel nur boah ich brauch irgendwas Gutes, ich brauch wenigstens gute Waffe Rüstung reicht dir aber gute Waffe was ist besser, Kettenstiefel oder Eisenstiefel? Eisenstiefel okay komm jetzt, geh mit runter du bist alle, hey, lauft immer schnell vor mir, hey sollen wir in die Mitte? ja, können wir ja versuchen, warte, wie viel leben jetzt da noch, 6, na 5, 5 leben noch okay, Blitze gehen schon, das heißt, Blitze gehen jetzt alle 20 Sekunden, wo man da ist bei 5 Leute 3 andere leben noch, Darkwet, Boggy und Zyklop komm, wir gehen mal da zur Kirche, aber klick ich einen zum Tagsteller, klick ich auch nicht auf die Klöpfe, gell? mhm da geht das alles in die Luft ah, auch nur Scheiße okay, versuchen wir uns in die Mitte, irgendwie wenn wir jetzt so weit kommen okay, bei den Häusern hier können wir auch noch schauen das sind noch viele Drohnen, aber überall aufpassen du bist hinter mir, passt wir müssen zusammen jetzt bleiben hier, bei einem Haus war, glaube ich, einer hier, rechts, 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 komm her, komm her wo, 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 wo wo komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir ja, ich weiß nicht, wo du bist komm rein, komm rein hier, hier links siehst du seinen Arm? ne, ich seh grad gar nichts hier, komm her, komm her ja, ich lauf dir nach, ich lauf dir nach ich bin hinter mir, ganz, ganz nah seit wenn du vor dir sogar hoppen da oben, hier okay, Angriff, Angriff Angriff der Eisenschwert Risto ich bin schon drin und boxt auf hinein ja, ja, Alter, wenn du jetzt eingangen wärst komm, gib mir das Eisenschwert, bitte hier, hier Alter wenn du jetzt eingegangen wärst, das wäre so hh, hh war, hh, hh so, da Alter, ein Enderpelle geil hast du, äh, eine ein Pfeilbogen nee oh, scheiße, ich hab 20 Pfeile okay, einer lebt noch oder, na zwei gegen zwei also, Zyklop, wir zwei und Darkbett noch in die Mitte jetzt hab ich auch ich glaub, ich glaub, diesen Team, ne kann sein aber wir haben zwei Eisenschwert okay, die haben wahrscheinlich auch genug Sachen also, wenn die äh, links die Diamantschwert haben ne gehst du in die Kirche ne, ne, geh mal jetzt nicht mit dem großen Baum wieder ne, ne, geh mal jetzt in die Mitte da sind viel mehr Drohnen versuchen wir es dort einmal hin aber vielleicht sind da noch bessere Sachen ja, geh mal dorthin, okay in die Mitte, weil da sind viel mehr Sachen drin aber ich bin, ich bin jetzt am Baum, also ja, Alter, wie du hörst, ey wir gehen noch so ein wenn wir so spielen einer geht dorthin, einer geht dorthin so verräg mir sowas ne schon sind gerade die anderen zwei so in deiner Nähe und der andere ist ganz weit weg ach, die okay, hier ist wieder was zu essen und bei der anderen Truhe komm gleich zur Stadt wieder bei den Häusern hm wenn du da bist ich bin dort ah, da schon wieder einer mit dem mit seinem, dem, ähm, Kopf da mit dem Schädel okay soll ich meine Enderperle benutzen ja, ich hab drei Bögen ich hab drei Bögen und 20 Pfeile hast du Pfeile? ja, ich habe 24 ja, gib sie mir dann, ey ich bin so Pro mit Pfeilen mit Bogen ja, gib mir, gib mir dann auch einen Bogen weil ich bin auch gut ja, alles, alles MW3 da kommt alles von alles, äh, MW3 und so ist nur nicht das gleiche da bist du naja bist du Zicke ich bin da bei der Kirche dann komm mal auf der andere Seite wieder warte, ich nimm auch nochmal schnell die Truhen hier Alter, ich bin voll in Spinnern jetzt gerade sorry, jetzt bin ich wieder draußen so machen wir ein bisschen Tempo alter, hä ok, wo bist du? bei den Häusern immer noch komm einfach auf der andere Seite zu den Häusern ich bin jetzt einer in den ersten Häusern einer und bin grad voll in Spinnernetz rein aber hinter mir ist ja keiner ach, so in Spinnernetz rein, hey das gibt's nicht ach, komm schon, geh raus, raus ja, Bas, draußen hallo hallo ok, Bas, gehen wir mit da ja ich bist du ich bin, ich geh jetzt Richtung Brücke ah, gehen wir mit da ich geh jetzt Richtung Brücke und dann von da aus, äh, in die, äh, in die Mitte ja, gehen wir aber zur zweiten jetzt mal alter, ich geh mich alter, ich hab nochmal zwei Enderperlen gefunden wie viel hast du vielleicht? drei ok, dann gib mir ein eine Enderperle unter der Brücke ist der Havarela und in der Mitte ist sicher eh schon alles leer das waren die Anden schön ja, ja aber versuchen können wir's so, einer Perle her mit ja dankeschön so, dann, an die Mitte angreifen ich ziehoffiert noch da, 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 da oben sind die, da oben sind die na, ja, egal da, 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 er versteckt sich da ja, ich hab ihn grad mit Bogen, wollte ihn angreifen versuchen wir auch irgendwie auf ein Haus zu kommen oder sowas irgendwas anders halt komm raus da, hey alter, ich bin vier fast runtergefallen komm rein wieder, hey wir müssen zu zweit hier bleiben ich hab worum gerichtet, hey ah, warte mal kurz ich glaub ich komm da rauf ja, aber wir sind zu zweit wir müssen immer zu zweit bleiben, hey ich hab ihn gefunden da, hinter dir ja, komm mal her, hey ja, ich bin noch wow wow ja, Darkwetha so ein Noob ich bin unten, lebe noch ja, okay Zipklob ist hier bei mir ich bin runtergeflogen ah, ich, ich hau ein Noobel rauf aber warte erst bis mein Leben generiert ist Darkwets hatte sowas von nichts ja, geil hab ich gefahrt so, machen wir oben Alter, er schreibt schon wieder in Chat rein, hey Junge, Junge so, warte, ich muss noch warten, bis ich, Alter, mein Leben generiert Alter, ich bin vom Baum runter, dann so nach hinten und dann in die Schlucht hier rein hallo hallo so, gleich ist voll, eigentlich kann ich versuchen, geh mal weg sonst hau ich noch gegen dich, genau Alter, weh, jetzt geh ich da um oh, passt machen wir in der Mitte, fight oh, grad voll hängen so, passt, wir haben schon mal gewonnen und jetzt müssen wir uns auch noch fighten, denn es kann nur immer einen Seer geben aber als Team ähm, gib mir mal einen Bogen als Team haben wir schon gewonnen wir machen doch keinen Bogen fight das ist mein letztes Mal, haha, wo ich dich sowas von besiegt aber ja, gib mir trotzdem einen Bogen oder wollen wir einen Bogen fight machen wieder? ja, ok haben wir eh nicht so viele Pfeile ich hab 25 ich hab 22 ähm, dann mach ich das mal hier hin das lieg mal da hey, komm, tu mal weiter, hey wir haben nicht die ganze Zeit Zeit schon lange Folge haben die, haben die schon alles leer gemacht? ja bist du bereit? ja, ist alles leer ja, kann ja sein ich hab jetzt alles geschaut komm jetzt, mach mal fight warte, warte, ey, ich muss erstmal alles voll machen na komm schon, hey, es ist schon die Folge wird schon so fett, ey so, fight 3 2 1 go keiner trifft einmal halt, ich schieß Gott viel zu Dings hehe nein ach, man, ey, wir treffen uns nicht ja nein ja nein 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 scheiße hehe ah, ich hab keine, halt keine Pfeile mehr, hey du hast voll den Pfeil im Bauch, hey das sieht so richtig geil aus, hey Alter, wie wir Dings kriegen ey, wie da kommst du denn eigentlich noch? Alter, du hast grad voll bei mir gepackt, hey Alter, ey, wie wir treffen, wie ein Schwanzlutscher, hey hehehe Alter, das ist ja nicht mehr normal ach, ich bleib mal mal voll stehen nein nein ja, hast du keine Pfeile mehr? ja, ey, wollen wir jetzt Pfeile machen, oder was? ey, ich kann dich wohl nicht schlagen ey, ich kann dich wohl nicht schlagen ich hab dich auch nicht schlagen können, jetzt einmal oh mein Gott nein jetzt hab ich auch keine Pfeile mehr aah Alter, bleib hier Alter ey, ich kann dich immer noch nicht schlagen was ist denn fehl, Alter hee keine Ahnung, gegen so ein Hunger Games Pack warte, warte, warte mal kurz, warte mal kurz bei überstehen nein, Alter, wirst du dich verarschen ja gehen wir weg, Alter Alter, wie ich nicht treffe nicht treffe ja, Alter, das war nice Alter, jetzt hab ich schon wieder keine komm schon, geht down ja, ey, gehst du mich verarschen, ey oh, Alter Alter ja, und das war Let's Play was hast du für'n Schäl, bitte auf ja, das war Let's Play ähm, Hang Games 2 mit Xavax 51 und Amto und ja jetzt kommen mehrere Folgen und ja, haut rein mit Xavax 51 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 mit Xavax 51